Es ist wieder soweit. Bis zum 5. August kann man sich auf dem Schützenfest an der Ochsenwiese amüsieren. Offiziell wurde das traditionelle Volksfest am 27. Juli 2012 mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Dr. Wolfgang Dippel eröffnet. Und ich verrate Ihnen eins, ich habe mich schon den ganzen Tag auf ein schönes Glas Hochstiftpilz gefreut. So Achtung. Eins, zwei, vier. Jetzt ist er gut. Ja, es ist angezapft und natürlich ist unser Volksfest eröffnet. Wir sind GV-Cryste. Wir demanden G-Style auf Internet. Whatsapp? Dinge, dreckig Tofu! ��